Boing! Au! Oh Scheibenhonig! Was hast du gemacht? Reise! Mit Bein gebrochen. Ähm, denn jetzt kurz die Info, Leute, bei mir, ich hatte zwar mein Knöpfchen gedrückt, aber ich hab die letzte Folge nicht aufgenommen, gerade den Hordentag. Ach, das ist jetzt ein bisschen scheiße und nervig, aber ich werd euch denn von Flaggy verlinken. Ist in der Playlist einfach, ne? Also gucken, ich share das vielleicht auch nochmal auf Twitter. Also nicht, dass ihr euch wundert, es ist vorgestern ausgefallen. Ich hätte sechs Federn, wer möchte Federn? Hast du ne Bandage? Ja, Bandage hab ich, möchtest du? Alles tut. Ja, kann ich mitnehmen. Wir haben uns währenddessen alles vollgeladen und wollen das jetzt beim Trader verkaufen. Jo. Ich nehm jetzt auf. Ja, ich nehm jetzt auf. Jetzt bin ich voll paranoid. Also... Nimmst du auf, Jenny. Ja, bei mir ist es durchgängig. Wir nehmen alle auf. Ich bin voll paranoid jetzt. Ich bin nicht mehr so schnell, ne? Das wisst ihr. Es tut mir leid. Ich kenn das. Wenn man einmal ne Aufnahme versemmelt hat, wird man total fuchsig, ne? Dann guckt man fünfmal nach, ob man auch aufnimmt. Kann sein, dass ich, ähm, also mein Mute-Knopf, wenn ich mich mal mute, ist, äh, ist auf dem Numpad gleich daneben. Nicht, dass ich es gedrückt habe, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich manchmal muckt OBS auch einfach. Es wäre schön, wenn ihr immer auf mich warten würdet. Also... Wir warten auf dich. Ich hab'n gebrochenes Bein. Jetzt sind die Haxen gebrochen. Haxen. Uihoi, Haxe. So sieht's aus. Oh ne, da ist der scheiß See. Hm, na ja, wir können ja auch sehen. Ähm, hat noch wer'n Platz frei? Ja. Hier ist noch ein Shirtstock drin. In Grau, aber der bringt 80. Naja, nehm' ich mit. Kann man verkuchen. Okay. Nach Nordwesten. Stets nach Nordwesten. Dabei war das jetzt so ne epische Horne bei uns, ne? Richtig, richtig toll. Und ein ganz, ganz toller Kill, Jorle. Der mit den... Ja, den... Oh, ich hab' diesen Feral gekillt. In Klopsi drinne, wo alles so eng ist. Und... Oh, das hätt' ich mir gern angeguckt. Oh Mann, es tut mir leid. Es... Ich hab' aber ein Bild gemacht von ihm. Hä? Die hab' ich nicht... Naja, ich hab' kein Bild gemacht. Scheiße. Es lief' jetzt alles ein bisschen ungünstig. Es tut mir leid, Freunde. Also die von Flaggy ist verlinkt halt, wie gesagt. Oder meine. Genau. Oder Jennys. Ja, aber Jorle findet deine Folgen immer schöner als meine. Hä? Was? Was? Nein, du hast das Feed of You, glaub' ich, an, ne? Ist doch egal. Guckt bei Jenny oder bei Flaggy. Das ist ja wurscht. Was hast du an? Weil ich muss ja irgendeine verlinken. Feed of You. Feed of Wu. Jorle läuft an den ganzen Taschen vorbei. Hier sind schon wieder ein Short-Dog und ein, äh, Shotgun-Long-Barrel drin. Wir haben auch, weil wir die Taschen voll amten, weil wir gerade zum Trader gehen. Trader? Ja, deswegen. Und, und, äh, der Airdrop war auch noch. Wo, wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt weiter gelaufen, weil du rum gemeckert hast. Äh, ich hab'n Treibnitz, was hab' ich noch? Weißt du, ich schieb' mich hier als rollende Kugel grad durchs Land. Warum? Weil ich so voll beladen bin. Was, was hat die denn? Ist ja total behämmert. Meine Ausdauer ist am. Jetzt kommt sie erst an. Ah. Ey, geh down. Ge down. Jiii. Jiii. Ich hab' ihr den Kopf gespalten. Mann, ich ärgern mich jetzt, dass die Folge nicht aufgenommen wurde. Ärgert mich. Ein epischer Kill. Der epische Chorle-Kill. Mann, das war so, so genial mit dem Feral da. Ach, Mist, ein Bär. Oh, ein Bär. Hilfe. Echt? Ja, das kommt davon, wenn man auf uns nicht wartet, Fleck. Kommt überhaupt nicht davon, der ist ja an mir vorbeigeratet. Ähm, zum Schluck auf. Der ist ja in eure Richtung. Hat irgendwer... Damina. Oh ja, kein Wunder, dass das runter geht. Hat irgendwer von euch Honig oder eine Pille bei? Eine Pille bei? Ähm, Painkillers hab' ich bei, ja. Ich brauch'... Nein, Jenny. Ich hab' die... Ich hab' die... Zombie... Zombie-Töse. So, ne, dagegen hab' ich nichts bei. Ihr müsst jetzt ganz stark sein, ich hab' mein Kleid nicht mehr an. Oh ne, Fleck, das geht nicht. Ich seh' jetzt endlich wie ein Mann aus. Aber Jenny, ich bin genauso langsam wie du durch die... durch diese Zombie-Töse. Wir schützen uns gegenseitig, Jürgen. Ja. Ja, macht ihr das mal da hinten. Da kommt übrigens ein Bär in eure Richtung. Ah, immerhin warnst du uns vor. Oh ja, vielleicht hat sie die Pille. Ja, deswegen mach' ich sie ja gerade. Hast du ein Mädchen? Hat sie? Nee. Ah, nee. Old Cash hat sie noch. Achso, warte, nehm' ich mit, hab' ich geslappt. Ich hab' Klebe dabei. Ihr könnt euch Klebe reinzimmern, vielleicht heilt das. Klebe? Aha. Kleister. Alter Kleister. Da vorne kommt noch ne olle Schrulle. Scheiß, irgendwo. Hä? 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 Meistermina! Meistermina! Ohhhh! Halleluja. Oh, was? Pistole, Pistole, Pistole. Ne, ne richtige Ganze oder ein Buch? 26. Ne, ne richtig Ganze. Ja, kannst du da kaufen. Kannst du da kaufen? Ich hab' auch schon Pistolen bei. Die können wir verkaufen. Ich hab' die extra gerade demontiert und den Scheiß reingepackt. Ich hab's mitgenommen. Aber ich nehm' aus der... Jaaaa, die Sammina! Ach, kannst du die assemblen, Jolle? Jaaaa! Dann sollten wir da die Muni rausnehmen, weil die Muni würde ich ungern verpollern. Achso, das... ich weiß nicht, ob das... wie das geht, tatsache. Aha. Aber kann ich mal... Ich schmeiß' den mir mal entgegen. Ich guck' mir das mal an. Normale Pillen bringen euch ja nix, wa? Ich brauch' die richtige Antibiot. Krätzepullen. Ja. Die haben wir nicht. Da. Ah, wer... das ist die da. Okay. Assemble. Ja, man muss die nur einmal assemblen, dann ist die Muni raus. Okay. Huch. Was war das? Soll ich die Muni an mich nehmen, weil ich hab' noch Muni von der... Assemble. ...bistole bei mir. Warte mal. Das erst mal. Ja, hier, 15. Ja, okay, gut. Mhm. War schon mit 10. Das sind 21 Schuss, die wir jetzt haben. Ja, ist doch gut. Manchmal ist in diesen Trees auch, ähm, Honig drinnen. Oh, jetzt Honig! Ich hab' aber... ich hab' doch von den Honig gegessen. Das ist halt so mysteriös. Ja, wirkt halt nicht, äh, hier rückwirkend, ne? Na, eigentlich war ich noch in der Zeit. Ich... das hätte eigentlich wirken müssen. Ja, wenn nicht, brauche ich, wenn wir zurückkommen, ne Pille. Da haben wir noch. Ja. Ich hab' mal Haus hier vorne. Ich mach' mal kurz nen Abstecher. Ich glaube, das Haus kennen wir schon. Ja. Oh, ne Splint, Jenny! Willst du ne Splint? Jaaa! Für dein gebrochenes Bein? Doppelteltmesser? Jaaa! Ich bin ab da die... ne, ich hab' gefragt, ob du nur Bandage hast. Wenn du Splint hätt' ich dir machen können. Hier, Jenny! Da! Ach, fuck Mist. Ich dachte, du hast schon das Splint angelegt. Nein, das ist ja passiert, als wir schon von zuhause weg waren. Ach so. Ach, Mann. Jetzt ist er bandagiert. Jetzt bin ich auch ein bisschen fixer. Oh, Jenny, jetzt bin ich aber bitte nicht alleine hier. Oh, oh. Oh, oh. Sind wir jetzt noch hinter mir? Ja, nee. Wir müssen da nach Nordwest, Mensch. Nach Nordwest! Wo denn? Oh. Oh. Komm, die Damen mal. Hier, kein Müßiggang, ja? Au. Auf zu meckern! Kein Müßiggang hier. Es gibt kein Futter mehr von Muddi. Ja, ein Fuddi von Muddi. Ein Fuddi. Fuddi von Muddi. So, beim Trader Tom. Nein, der heißt Bob, aber macht ja nix. Tom klingt aber besser. Wittchen, bitte hab ne Pille bei. Das kann er nicht... Was hast du denn? Ja, nichts. Okay, aber ich esse jetzt mein Milchbrötchen. Ja, wir haben ja die Horde überlebt. Mhm. Ihr erschießt diese, diese komischen, wie heißen sie, die Krankenschwestern, ne? Mhm. Ja. Ganz richtig. Oh Gott. Volltreffer. Termina Null. Tja, ich find's zu essen und alles andere, aber keine... Wir sind jetzt am Haus gleich. Oh, ich bin falsch gelaufen. Irgendwo ist hier nochmal so ein Knisterzombie. 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 Ja, den hab ich grade, ähm, erlegt. Sehr gut. Erlegt klingt immer so euphorisch erfolgreich. Ich hab ihn erlegt. War erfolgreich. Ein Schuss. Ein Schuss an der Bar, tot. Wo war denn der Eingang in dieses komische Kapuf hier? Oh Gott, ist ja schon wieder 17 Uhr. Aber dieser Weg ist so lang, dass wir wahrscheinlich wieder in diesem Nebenhäuschen übernachten müssen, ne? Ey, der hat einen Briefkasten. Bob hat einen Briefkasten. Bob hat einen Briefkasten. Ah, ich bin in Sicherheit. Juhu. Oh, Jenny, wir müssen uns beeilen, weil sonst schmeißt er uns raus. Ja. Ich bin unterwegs. Wo bist du? Du bist hinter mir, ne, oder? Bob schmeißt uns raus. Ja, nee. Vor dir. Wo war denn der nochmal zu finden hier? So, wie hat man bei dem verkauft? Man ging zu ihm hin, hat ihn angequatscht. Ja, ja, und dann musst du ganz normal aus deinem Inventar heraus. Ja. Es steht dann auch da oben, äh, oben direkt an der Leiste steht immer, wie viel er gibt. Ja. Und dann einzeln verkaufen, ähm, dann wirklich aufs Sale drücken, ja. Ja. Jedes Teil auch einzeln, nicht mehrere gleichzeitig. So, ich habe gerade 700 eingesackt. Sehr gut, dann können wir uns auch gleich mal was leisten bei ihm. Der hat so ein komisches, wir können Bierbraubuch kaufen. 854, und ein altes Brot kriegt er auch von mir, ne, will er nicht. Okay. Wo war denn der Eingang? Äh, falsch rum, du musst nur einmal hier, einmal hier rum, einmal hier, hier, hier rum, rum, rum. So. Vorne. Vorne rum, danke. Was kann man dem denn alles verkaufen? Meinen Rock. Er will meinen Rock haben. Ne, den kriegt er nicht, mein Rock ist wertvoll. Jetzt verkauf ihm bitte nicht deinen schönen Rock, den ich dir da gut habe. Nein, nein, nein. Hast du jetzt eigentlich den roten an, oder nicht? Nein, ich habe jetzt einen Blaumann, habe ich an. Da ist er. Da kommt ihr nochmal rein, hier, da wo ich bin, da ist er. Ich bin doch da. Aber der wirft uns eh gleich raus, also, behalt euch. Dauert noch einen Augenblick. Jetzt lass mich da ran, Fleck. Ich stehe doch nur hier, was willst du denn tun? Der beste Merchandise. Der beste Merchandise. Ah, jetzt. Man kann nicht doppelt mit ihm reden? Oh, come on. Ah. Kann hier nicht, schade. Ich wollte hier gerade... Ich esse dann so lange mein Milzbrötchen und guck... Ich wollte mir hier gerade ne Dings bauen, um mich einzusperren, hier. So. Er kommt gar nicht an mich ran, pass auf, ich sperre mich hier ein, so. Er findet mich niemals, der Bob. Hier kommt auch kein Zombie rein, die können das nicht zerstören, Fleck. Ja, aber er kann mich ja auch nicht rausschmeißen. Haha. Doch, kann er. Kann er nicht... Ich habe mich verbarrikadiert. Ja, kann er. Nein, er findet mich ja gar nicht. Ich hab mich ja versteckt. Ich weiß jetzt... Ich weiß jetzt auch, wie sie rausschmeißen. Was ist denn einfach nur so... Bing! Und dann wirst du teleportiert quasi. Was? Ich erschieß den. Bringt nix. Ich erschieß den. So, ich hab jetzt 900 und soll ich dieses... Tasting and Brewing Beer. Warte mal. Ja, kannst du machen. Jenny, Jenny, nimm das mal kurz auf, hier. Was ich hier hinschmeiße. Hast du? Ja. Boah, jetzt können wir gleich richtig gut was kaufen. So. So. Die Rolle nur... Warum können hier keine Zombies reinkommen? Boah, ich hab jetzt schon... Safe place. Was? Ein Goldnugget bringt 190. Bitte? Ich hab schon 2400. Alter. Goldnuggets haben reingehauen. Ja, so lässt sich's doch leben. Hier, komm, nimm dein... Das noch und das da. Old Cash kannst du auch haben. Wo sind die denn? Ach du Scheiße, ich hab schon 4000. Alter. Goldnuggets haben reingehauen. Ey, da... Verdammt. Dann kauf... Wollen wir dieses Buch zweimal holen? Da hat das nur einmal. Ach komm schon. Er will meine Flaschleute nicht mehr nehmen. Boah, du Drecksbisser. Wir werden gleich alle sterben. Okay, ich hab's... 4400 hab ich. Na gut, dann kauf ich jetzt noch was. Kauf mal... Noch... Noch haben wir ein bisschen Zeit. Ja, noch ein bisschen Zeit. Ich kaufe Hopfen-Seeds auch. Haben wir Hopfen? Ne, ne? Äh, kauf mal zwei Hopfen-Seeds. Oder ein. Kann ich nicht, ich hab nur für einen... Okay, dann kauf ich gleich einen. Ich kauf gleich einen. Ähm... 20 Uhr 29. Die Sendung für das aufgeweckte Kind. Ja, wir müssen gleich noch rüberlaufen. Ähm, Mechanical Parts hole ich noch, ne? Was? Die Mechanical Parts hab ich jetzt noch welche geholt. Ja, ist okay. Kann man das eigentlich als Beleidigung durchgehen lassen? Du Milchbrötchen. Ja, irgendwie schon. Pass auf. Jolle... Warte, 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 bevor du rangehst. Hier, nimm nochmal die Restlichen, die ich noch habe. Mhm. Die Tofens. Ja, ich hab... Die Restlichen hab ich verscheuert. Wer grunzt denn hier? Potato... Meat... Wo ist denn dein Hopfen-Seed hier? Scheiße. Dann hatte er den nur einmal, den hab ich in der Tasche. Mhm. Ach nee, hier hat er eins. Hast du jetzt nur einen, Jenny, oder nicht? Einen Hopfen-Seed hab ich. Okay, dann lassen wir das. Mach aber noch einen Sicherung-Seed, falls irgendwas passiert. Hopfen Sie. Hopfen Sie. Okay. Kostet ja auch nur 700. Hahaha. Okay, ich hab einen. Ähm, was noch? Burn it? Ansonsten hat mich jetzt so ganz spontan davon nichts angesprochen, bin ich ehrlich. Nee, wir haben hier auch schon besser... Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, Jolle, komm. Okay. Mach eine gepaart's nochmal. Wenn du noch hast, dann nimm noch mit, dann haben wir... Die haben wir mal einen geholt. Dann haben wir jetzt vier dann. Ja, wenn die Damen einmal shoppen sind, ja? Okay, komm ey. Okay, ich geh morgen dann auch noch mal vielleicht zu ihm oder so. Mal gucken. Hallo, Jenny. Los rüber, rüber, rüber. Wo war das scheiß Haus? Scheiß Haus. Hahaha. Was zum Teufel war das so? Jaja, wir schließen bald. Gehen Sie bitte. Komm mit, Jenny ist schon unterwegs zum Haus. Ja, ich laufe doch. Oh Gott, hatte der eine Pille? Oh, ich hätte mir eine Pille holen sollen. Oh Mann. Das ist keine Apotheke. Ich merk schon, wie es wirkt. Okay. Jenny, wir machen gleich die Tür zu, wenn wir drin sind. Nein. Nein. Haben wir da keine Tür hier? Oh Mann. Ich hab auch kein Holz bei mir. Ich hab auch kein Holz bei mir. Ich hab noch das Baumaterial von meinem... Okay, wir brauchen jetzt so... Komm her, Fleck, ich hab schon. Komm, komm sie rein. Ich hab doch alle Tür. Was willst du denn? Jenny. Jetzt darfst du. Was macht sie denn? Draußen rumtouren. Oh Gott. Und jetzt sind wir wieder... Wo ist sie denn? Was hat sie denn da gerade... Was ist das denn gewesen hier gerannt? Ich weiß nicht. Den hast du auch gehabt, ne? Du bist auch runtergebackt, ne? Wir sind beide gerade durch den Boden durch und... Das war sehr merkwürdig. Ja, das war sehr, sehr merkwürdig. Irgendwie das Haus... Kommt mir bekannt vor, das Haus. Ähm, ja, jetzt stehen wir wieder hier. Wollen wir vielleicht eine etwas kürzere Folge machen? Wäre das vielleicht ein Deal, damit wir noch... Ne? Wir müssen ja ein bisschen was machen hier. Ja. Gut, ihr Lieben. Wir sind draus. Bui, achsen. Moderieren. Bis zum nächsten Mal hier, hackenderweise. Tschüssi mit Büssi. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht. Es wird 53.